Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge eines 19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Erste Folge war ja heute am Sonntag und wir ärgern uns ja immer noch mit den Bäumen rum, weil die Dinger kann man ja echt nur scheibchenweise wahrscheinlich wegfressen. Ich denke mal das sollte man lieber sein lassen und uns was anderes einfallen lassen. Beziehungsweise natürlich erstmal gucken denn unser Träscher wird voll sein, das haben wir ja gestern gar nicht mehr gemacht dann in der zweiten Folge. Der Rübenernder steht also hundertprozentig auch voll rum. Und bei den großen Bäumen müssen wir uns also überlegen, dass wir die hier auf den Lkw schmeißen und auch wenn die hier irgendwie her transportieren. Irgendwann werden wir hinten am Feld lang gefahren. Das größte Problem wird eigentlich dann werden, auf dem Sägewerk auf dem Gelände zurecht zu kommen. Wenn dort mal schnell durch die Hecke fahren, geht nicht so ohne weiteres. Weil ja meistens irgendwo Autos parken, dann wird das leider nichts. Aber bevor sie synchronisieren, sieht es natürlich so aus, wie es überall Birken stehen. Ist aber nicht. Hier die kleinen Birken, die kann man zwar so wegfräsen, möchte ich meinen. Ich würde sagen, wir machen erstmal eins. Laden wir hinten noch so ein großes Teil auf. Wir wollten erst noch, genau, der Rübenrotor ist voll. Sonst kriegt man ja unser Rüben auch nicht fertig. Da es ja hier Mission ist, können wir auch in der Frucht fahren. Werden wir auch machen, bevor wir das Ding rausnehmen und rumdrehen. So, fährt jetzt unser Tresher weiter. Der fährt. Den müssen wir gleich mal auskippen noch. Beziehungsweise nach dem Preis gucken. Da steigt noch. Da werden wir noch warten. Da werden wir noch mal auskippen. So, der Flascher müsste ja theoretisch ein bisschen runterkommen, der schafft ja fast zwei Bahnen, lassen die Abfahrer einfach hier stehen. So, der Flascher müsste ja auch hier sein, der Flascher müsste ja auch hier sein. So, da brauchen wir jetzt natürlich unseren Radlader, achso, der LKW ist natürlich voll, den schaffen wir erstmal noch weg. Beziehungsweise gucken wir, dass wir uns hier noch die restlichen 10% holen. Also, bis ich weiß, über 4000, das müsste er eigentlich drin haben. Dann versuchen wir da oben gleich durch den Wald zu fahren. Ja, kommen wir noch rechtzeitig, doch schafft man, ab da noch alles zu klappen. Ja, kommen wir da oben. Ja, kommen wir da oben. Ja, kommen wir da oben. Nicht, dass wir uns hier noch hier festfahren am Tor. Und jetzt aber noch mal rausfahren. 44% haben wir abgeliefert. Also, eine Ladung noch, dann haben wir ungefähr die Hälfte. Das ist schwer einzuschätzen auf dem Feld, ob das schon die Hälfte ist, die wir runter haben oder nicht. Also, wie viel da übrig bleibt. Also, wie viel da übrig bleibt. Dann machen wir den auch gleich noch ab. So, dann machen wir den Radlader hier zurück dorthin. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so günstig ist, dass wir die Doppelschaufel oder die Doppelkabel hier noch dran lassen. Aber werden wir ausprobieren. Wenn nicht, müssen wir halt noch mal zurückfahren wollen ins andere. Der Plan ist jetzt eigentlich, die Bäume anzuheben und runterzufahren. Ja, um den Restbaum zu versuchen, ob wir den irgendwie verladen kriegen. Hm? unser glück versuchen wahrscheinlich die gabel nicht hoch genug aber wo klemmt es denn jetzt also ich vermute mal ich bleibe da unten am stumpf hängen nicht an meinen radlader sondern unten am stumpf und dann wären wir am besten am besten da drüben daneben fahren oder beziehungsweise einfach mal die stumpfen wegfräsen weg muss er sowieso also So, dann gucken wir, ob wir jetzt drunter können, dann hören wir, ja. So, dann den hier drauf ablegen und dann natürlich einen Gurt drum machen. Und dann können wir damit zum Sägewerk eiern. Und dann gucken wir, ob wir vorne noch ein paar Reste zuladen können. Ich hoffe mal, dass wir die heben können, dann haben wir ein richtiges Problem. Ne, das ist zu groß. Ja, das ist ja immer noch zu schwer, das kann ja nicht wahr sein. Dann kriege ich mal das große Stück, was ja Licht überhaupt nicht mit einem drauf gehören. Das ist ja äußerst schlecht, aber das darf man auf keinen Fall bei den anderen so weitermachen, weil das die Schnippelei hier unter der Hand verladen, das ist schlimmer wie Radlade fahren. Das ist ja immer noch zufrieden. Das ist ja immer noch zufrieden. So, hier hinten, das könnte man vielleicht noch tragen. Nicht schwer, auch zu schwer. Wären wir den Rest wohl mit dem Radlader aufladen müssen, hoffentlich geht das. Was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist unser Rundänder. Ja, der wird doch auch fast wieder voll sein. Er blinkt aber schon. Blinkt aber auch schon. Also ist er voll. Haben wir noch eine Meldung verpasst hier. So, mal gucken, ob wir das ganze Kreisen kriegen irgendwie. Eingeklemmt haben wir es erstmal so ein bisschen. Ich muss nur noch einen Lkw kriegen. Das erste Licht natürlich unten, ist ja klar. Wird auch Heckfiler gesagt. Ja, wir schauen auf. Ah, das nervt schon ein bisschen, wenn das hier so hautmäckig ist. Und das Licht gleich wieder vorm LKW. Glück gehabt. LKW. Glück gehabt. Also das ist der Punkt, wo man wahrscheinlich sagen sollte, wir machen kein Krassfeld. Es greift die Zange wieder durch. Rückwärts hat es Kollision. Leute, Leute, Leute. Leute, Leute. Ich würde aber sagen, versuchen wir uns heute in der zweiten Runde dann, ob wir den Baum von Lagen kriegen und dürfen wir uns den Trascher nicht aus dem Acht lassen in den Rügenerndern. Also einmal vielen Dank für das Einschalten, dann bis heute Nachmittag, bis dahin und Tschüss.